So, da bin ich wieder. Da steht immer noch Track Power Off. Es hat sich im Prinzip nichts geändert, außer dass ich ein klein bisschen mehr Leben habe, weil ich noch so eine Heilungsstation gefunden habe. Also, ähm, weiteres munteres Rätselraten, was ich denn jetzt zu tun habe. Äh, ich hab wirklich keinen Plan. Ach stimmt, ja, an die Dinger erinnere ich mich. Lalalalalalalala! Oh Gott, ey! Da war eine Wand hinter mir, ich konnte nicht ausweichen. So ein Scheiß. Bäh. Hier sind eingestürzt. Ähm, die Fässer machen mir Angst. Ich will diese Fässer da weg haben. Ich hab keine Granaten mehr, ich hab kein gar nichts mehr. Hey, du. Hey, Dude. Hey, Mr. Dude. Okay. Ich hoffe mal, ich hab ihn jetzt ein bisschen abgelenkt oder so. Irgendwas, was ein kleines bisschen hilfreich ist. So, jetzt versuche ich mal hier lang zu schleichen. Track Power. Boah. Ah, lalalalalala! Der will mich garantiert umbringen! Scheiße, ey! Ich bin still und leicht panisch. So, wenn ich jetzt Gas gebe. Da. Er hat mich gesehen. Auf der anderen Seite bin ich sicher. Auf der anderen Seite bin ich... Ich überlebe das nicht mal, da lang zu laufen. Komm mal klar, du Arsch! Soll der Schei... Moment. Ich weiß, hier kam irgendwas Böses. Haha! Bisschen mehr Leben. Noch einer? Ne. Ein Goodie. Ähm... Wie bin ich denn hier hingekommen? Whatever! Ähm... Der Typ sackt Balls. Also, nicht der Typ, aber dieses... Riesenviech sackt Balls. Ich glaube nicht, dass ich das kaputt bekomme. Ähm... Deswegen werde ich nochmal versuchen, es... ...abzulenken. Hier komme ich ja nicht lang. 20 Schuss in der Magnum. Ja. Komm her! Ja toll, vor dem Ding habe ich ja keine Angst. Du sollst ein bisschen herkommen. Du sollst mich nicht rösten, du sollst herkommen! Naja... Äh... Irgendwas... Alter! Wie der mich immer rösten will! Okay, hier ist nichts zu tun. Ich habe den Typen jetzt erstmal ordentlich... ...abgelenkt, hoffe ich. Also... ...dass er weit genug von da weg ist, wo ich lang will. Äh... Ich bin meinem kleinsten Treffer tot. Seht ihr... Äh... Ich check it nicht. Ich check it nicht. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel von der Rüstungsenergie verbraten. Ich kapiere it nicht. Ähm... ...leggung. Tschüss. Hm. Hm. Da steht er ja eigentlich ganz gut. Da steht er eigentlich ganz gut. Da müsste ich doch eigentlich schaffen, da langzukommen. Das Frühling ist echt... Ich habe keine Rüstung. So... Kommt er hier irgendwie lang? Hauptenergie an mein Arsch! Ich habe doch irgendwas angemacht. Äh... Ne, 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 ne. Lustig. Nicht. Daten werden geladen. Quicksave. Magnum. Die, sakura. Echt. Kotzt. Einen. An. Fick dich, du scheiß Vieh. Fick dich. Die, sakuras. Irgendwie mag mir dieser Gang hier gefallen. Oh, scheiße. Es kommt. Es kommt. Warte mal. Warte mal. Moment. Sind das Energiespulen? Ich kann ihn damit töten. Ich habe einen Weg gefunden, diesen Arsch zu killen. Die, Sucker. Das muss ich jetzt nur noch schnell genug hinbekommen. Da ist er genau richtig, wo er jetzt steht. Also, ich habe jetzt gerade im Moment die größte Chance, das zu schaffen. Quicksave. Ich darf jetzt nur seine Aufmerksamkeit nicht erregen. So, nachladen. Ich muss jetzt so schnell wie möglich da lang rennen. Renn. Gordon Freeman. Lauf. Spring dabei. Und lauf. Und spring und lauf. Und. Ich komme die Treppe nicht hoch. Ah. Oh, scheiße. Ist es tot? Es ist tot. Oh, Gott. Es ist tot. Oh, ja. Endlich. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich hier langkomme. So, jetzt hätte ich, da oben steht jetzt Energie on. Ich muss definitiv. Ach so, ja. Elektrische Schiene ist klar. Dann muss ich das Ding ein paar Mal drehen und dann war es das eigentlich. Wow. Ähm. Wow. Ich habe das Ding gekillt. Also, das mache ich jetzt noch und dann. Oder wollen wir uns das nächste Mal angucken, wenn ich... Hm. Ja, hatte ich sowieso vor, ähm. Ich kann dich ja nicht erlösen, also... Pfff. Scheiß drauf, ne? Alter, Gordon, du hast einen nervösen Finger. Nimm den Daumen vom Abzug. So, einmal so und dann hier parken, bitte. So, jetzt muss ich das drehen und dann war es das eigentlich, oder? Ne, falsche Richtung, falsche Richtung. Ah, riesiges Fisch, war riesig und nervig und ich will das nicht nochmal, nicht nochmal. Das war jetzt schon, also für meine Verhältnisse, das ist, ich, 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 es gibt zwar, das ist, das ist kein, äh, RPG oder so, aber für mich ist das, äh, war das jetzt schon der zweite Boss, also, so, es gibt zwar keine Bosse hier, aber, alter, das Ding war, wow. Auf geht's. Gordon Freeman, bereit, um aus diesem Höllenloch rauszukommen. Vorausgesetzt, ich komme hier durch. Oh, ach so, ja, ich fahre einfach durch. Finde ich in Ordnung. Sehr kompetent, Gordon Freeman, sehr kompetent. Fahren Sie weiter. Ich will hier raus, ich will da einfach nur noch raus. Alter, jeden, ich sag's euch, jeden Moment kommt irgendwas und, oh, gespeichert, nett. Jeden Moment kommt irgendwas und knallt mir den Arsch weg. Gon, ich hab auf dich gewartet. Äh, einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgendeiner Art von, äh, Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hatte es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest, musst du in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten. Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Ah, ja. Alles klar. Los. Kommst du mit? Erstmal müssen die Dinger da weg. 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 Und weg. Weg. Nein, spring auf, Schnucki. Komm. Äh. Schnucki. Tschüss. Äh. Warum kommt er nicht mit? Menno. Mhm. Na, dann gib mal Gas, Gordon. Ich bin bereit, für was auch immer da kommen möge. Quicksave. Ich fühl mich doch nicht bereit. Ah. Elektrisch. Schon wieder laden? Was ist das denn jetzt? F6. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's. Ah, lalalala. Ich hab ne Magnum. Ihr könnt mich mal. Ich hoffe, die Viecher kommen nicht hinterher, oder? Scheiße. Das ist nicht richtig hier. Quicksave. Das ist alles nicht richtig hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oh Gott. Wenn ich hier zu Fuß lang müsste, das wäre der Horror. Aua. Oh. Aua. Bin ich mit dem Kopf am Stromkabel festgegangen? Oh. Tschüss. Oh. Warte. Hätte ich da was drücken müssen? Mache ich jetzt noch ne lustige Runde, oder wat? Keine Ahnung. Also ich könnte das Ding jetzt anschießen. Oh. Ich glaube, das war richtig. Hoffe ich mal. Ähm. Äh. Alles bricht hier zusammen, ey. Scheiße, Hacke. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist die reinste Höllenfahrt. Das ist schlimmer als jede, jede Gruselbahn auf, aufm, aufm, auf der Kirmes oder wat auch immer. So. Und jetzt, ähm. Jetzt. Erstmal Munition. Aha. Aha. Headcrap. Äh. Diese Headcraps machen mich seelisch fertig. Ich kann gleich nicht mehr. Quick Save. Äh. Okay. Was geht hier? Ah, das Ding hat wohl den Weg blockiert. Dann war ich wohl doch richtig. Mhm. Mhm. Ich hab kaum noch Munition für die Magnum. Das stresst mich jetzt ein wenig. Ein wenig stresst mich das. Oh, oh, oh. Hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Das kenn ich. Da hab ich mir schon mal weh getan. Oh. 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 Da hätt ich schießen müssen. Scheiße. Ja, komm. Gib Gas. Schneller. Alle, alle, alle. Wiet, wiet, wiet. Schneller. Oh. Schade. Daneben. Nachladen. Ich bin schon wieder knapp auf Munition, äh, knapp an Munition hier. Aber das kennt man ja inzwischen von mir. Mhm. Ja, wie war das? Dings voll Profi, ne? So. Shooter? Gar nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Gleich muss ich, gleich muss ich wieder den Weg ändern. Ähm. Hätte ich das nicht auch irgendwie schneller gehabt? Wenn ich wahrscheinlich die andere Abzweigung genommen hätte, wäre ich noch schneller wieder da gewesen, aber. Who cares? Ähm. Ja, schnell, ducken. Immer noch schnell und. Haha. Ich frag mich nur, wie die normalsterbliche Leute das machen, weil die haben ja in der Regel keine Schusswaffe dabei. Quicksafe. Au. Äh. Ja, wisst ihr was, Leute? Leckt mich. Das ist genau der richtige Augenblick, um, ähm, ja, wie soll ich sagen, um, äh, die Aufnahme zu beenden? Spiel speichern. Und damit würde ich sagen, ich sterbe jetzt noch einmal gemütlich. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin der Stamm des 100, das war Let's Play Half-Life. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin der Stamm des 100, das war er in der, um noch einmal gemütlich. Der Stamm des 100, das war er niemals gemütlich. Ich bin der Stamm des 100, das war er. Und er ist unser ganzes fundamentally, der Stamm des 100, das war für das ist.